Das Skypad Automotive, ein Produkt von Sky. Das Skypad Automotive wird im Unternehmen Linde auf den Liefer-LKWs eingesetzt. Die Fahrer stehen über das Skypad in ständiger Verbindung mit der Zentrale. Sie erhalten ihre Aufträge über eine hochintelligente Auftragsdisposition direkt auf das Skypad. Die Liefermengen, Orte und Zeiten werden vom Skypad erfasst und direkt an die Zentrale gesendet. Die Fahrer drucken nach beendeter Auslieferung vor Ort einen entsprechenden Lieferschein aus. Zusatzinformationen über die Kunden oder über Lieferbedingungen wie Namen von Ansprechpartnern bei Kunden, Helmpflicht auf dem Werksgelände etc. werden angezeigt. Den schriftlichen Tourablauf habe ich jetzt nicht mehr, weil ich das alles per Touchband hier eingebe und mein Disponent hat dann die ganzen Tourndaten eigentlich sofort zur Verfügung. Ein sicheres Rangieren ermöglicht die direkt mit dem Skypad verbundene Rückfahrkamera. Der Fahrer erhält mehr aktive Sicherheit und ein weiterer Bildschirm wird eingespart. Das Skypad Automotive ermöglicht es, die im Tank verbliebene Menge genau zu messen. Informationen über Warenbestand und Liefermengen sind so immer auf dem neuesten Stand. Das Skypad Automotive – ein Produkt von Sky. Untertitelung im Auftrag des WDR 2019 Wir werden für tooken WDR 2020 submitteden Klikkaati in der Oberfläche wrapper. Was soll uns ein Kont направ Friends match者 in der Oberfläche holen? Untertitelung des ZDF, 2020